vitamin b freunde dich mit qianne priestern hat er vergessen habe ich keine lust drauf nachbaden gibt es nicht die vergangenheit reisen da hat der mickey hau ich ein paar rüber jetzt haut sie ab das rennviech ok die tender valentine möchtest du wieder auf abredung die wirft den jeden rein oh schön wird schon das bedeutet der karl darf nicht bohren weil sonst kann keiner mehr schlafen da waren zeiten dabei da ist das alles besser gelaufen mit der performance zuletzt lässt sich zu wünschen übrig muss ich sagen was holy greenwood ist gestorben mir wurscht der ist nicht mein problem muss ich nicht schauen ich habe ja bei den grafiken schon ziemlich hobertraut ich habe schon ziemlich hobertraut damit ja nicht irgendwie was einbricht aber dennoch hängen sie irgendwie weiß nicht warum sie schreibt immer noch aber sie steckt bald auf schön hat's bald so der karl ist fertig mit der zeitmaschine auch schön schau mal wieder mal schön wieder mal schön bau ja ist das schon fertig schon ja ist das schon fertig bauarian shannon knight ist schon fertig gell Was ist nicht gegangen? Sag mal Karl, war das alles? War aber nicht viel Und der Karl befindet sich schon wieder in der Zeitmaschine Wenn er bloß mal was nützliches mitbringen würde Irgendwas was wertvoll ist Am besten einen Patch, der Sims 3 nicht zum Ruckeln bringt Das wird was Wüsten Efall Wo hat er den her? Da noch eine Zeitmaschine Schaut das Wieder 1840 Simoleons Glückwunsch Innovator Was ist der? Er war einer Innovator Achso, weil er aufgestiegen ist Geil Level 7 der Erfinderkarriere erreichen Ein Spielzeug bauen Wir erfinden einen Spielzeugroboter Er ist zurück Und hat nichts mitgebracht Scheiße Die Jenny, die pennt Die Kala pennt ebenfalls Er ist Da merke ich genauso Gerade der Kohl ist wieder wach Aber gut, auch nachts Er muss einfach aktiv sein Das ist seine Zeit Mal schauen Bei den Kumpfu ist er schon ziemlich gut Geil Er hat Level Level 6 Oder bei der Kampfkunst Man muss sagen Er ist ziemlich talentiert Bei einigen Sachen Der Spielzeugroboter ist fertig Pass auf Verkauf Und das Das gibt nämlich Erfahrungspunkte Flasche geben Das kann er machen Wobei Es wird wahrscheinlich kleiner wach sein Der war Weg das Meike, gewick Lass uns die Jenny machen Die kann dich besser Und dann tue ich noch spiele und kuscheln, bei kuschelnheiten. Schaut er überhaupt nicht. Ja das hängt wieder. Das ist scheiße. Das muss ich immer sagen. Dass das ständig hängt. Ich weiß nicht warum. Und draußen scheißt die Katzwits auch. Entschuldigung, der Willi. Er kackt das ganze Kistl voll. Ich werde den Silas als Freund. Warum? Ich kenne keinen Silas. Geburtsagsparty für Hubertos veranstalten. Können wir am Mittwoch machen. Hat doch zubereiten. Hat ja Hunger schon, gell? Ja ist da mal was. Geht schon. Mitternacht im Biss. Jetzt kann der eigentlich wieder. Pass auf. Das Ding verschwinden und los. Brauche ich das noch? Eigentlich nicht. Los weiter. Jetzt ist er schon. Schon wieder aufgestiegen. Geil. Jetzt ist er. Alles können er. Und ich kann bei Gelegenheit, kann ich mal wieder neuen Beruf wählen oder? das ist nix oder der meike wird wieder ding detektiv das hat er noch drauf glaube ich weiß nicht wo steht denn das verbrechensbekämpfer ladendj was 525 hat er da pro woche verdient bloß bonusssalon wieder als verbrechen bekämpfer pass auf, ich schau mal und da Jobs und Berufe und zwar Traumkarriere was tut die Gretel schön, schau fernseh ich steig wieder ein in die Ermittlerkarriere da haben wir wenigstens was verdient als Sportler verdienen wir nix verfügbare Jobs, jawohl Ermittler Feuerwehrmann Geisterjäger könnten wir bei Gelegenheit auch machen Stylist Innenarchitekt Ich werde wieder ein Mittler Back to the Roots Das ist die Frage, muss ich ja wieder von vorne fangen Kann ich sehen? Kann er da einsteigen wo er aufgehört hat Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ich muss ja wieder von unten fangen Kann ich sein Na ja wurscht Mehr Geld kriegen wir trotzdem So dämlich spannender Sag ich mal Mikey, hast du schon was gegessen? Noch nix Wieder Zeit Und dann hast du wieder schlafen Jetzt muss ich ja nicht mehr aufsteigen, pünktlich Kann aufsteigen, wenn du mag Also mittler ist er, sag ich ne Boss Also auf, da steht eh schon was Der steht eh da schon rum Der muss grad noch essen Aber ich muss mal schauen, dass ich eine Lösung finde, gell? Für die Rucklerei Es muss doch irgendwie eine Lösung geben Nochmal Es wird auf Dauer, wird das lästig Gehen und anstrengend Okay die Koller, wenn die aufsteht, musst du essen Dringend Dringend Und schreiben sie gleich nochmal hin Ein neues Bier herfangen Und zwar Und zwar Einen Roman Oder Drama Sie beginnt der Drama Sie beginnt der Drama Sie beginnt der Drama Sie beginnt der Drama Ich muss mich da jagen. Ich muss mich da jagen, Schül. Gottes Willen. Ich würde mal sagen, an der Stelle, mache ich eine kleine Pause und suche mal nach dem Grund, warum das dauernd hängt.